In der Kirche gerade da rein und da raus, sie hebt die Hände in die Luft, riecht Zeichen raus. Ich bin kein Priester, Prediger, Millionär, niemand ist perfekt, oft fällt es schwer. Aber gib dein Bestes, das ist gut genug, in einer Welt voller Hartz, Lästerei und Beruf. Unsere Kinder sind die Zukunft, nehmt sie an die Hand, schenkt ihnen Liebe, an die man glauben kann. Mehr Herz, kein Nein und keine Gier, nur dann, aber nur dann, die finden wir. Wir sind die Zukunft, wir sind die Zukunft, wir haben uns, lauter, hier sind die Zukunft, hier sind die Zukunft und wir haben uns. So bitte, Kinder, ihr. Wir sind die Zukunft, wir sind die Zukunft, wir sind die Zukunft. Wir sind die Zukunft, wir haben uns. Was mit dieser Seite? Wir sind die Zukunft, wir sind die Zukunft. Wir sagen, wir haben sie gemeint, ja. Wir sind die Zukunft, wir haben uns. Komm, machen wir alle zusammen. Wir sind die Zukunft, wir sind die Zukunft und wir haben uns. Dankeschön, schönen Abend noch.